Die ist halt warm. 32 Grad. Bietet es sich doch an, eine kleine Pool-Challenge zu machen. Für den Gewinner gibt es 100 Euro. Und zwar, wer als Letzter den Pool verlässt. Zwei Bedingungen. Erstens, wer aufsteht und rausgeht, ist raus. Zweite Bedingung. Wenn man sitzt und nichts tut, wird es kälter, wenn man ein T-Shirt anhat. Das ist die zweite Bedingung. Deswegen haben die beiden auch schon ein T-Shirt auf. Ich bin auch mal auf Toilette. Das würde ich auch tun. Wer gewinnt den Grünen? Jetzt. Viel Spaß. Ich brauche natürlich viel Käppi. Damit man keinen Sonnenbrand auf die Pläne kriegt, das kann ja jetzt ein paar Stunden dauern. Das passiert aber jetzt schon gar nicht. Nein. Doch. Nein. 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 Setz dich. Ja, du auch. Diese Nacht. Okay. Zack. Was ist mit dir, Leon? Eieieie. Ach. So. Das ist aber nicht cool. Das ist heiß. War kalt. Wasser schlechst. Oh. Oder das Spiel ist gleich vorbei. Weil kein Wasser mehr drin ist. Wir liegen jetzt hier auch schon eine Stunde. Eine Stunde? Ja sicher. Nee. Doch. Mir kommt es vor für 60 Minuten. Ernsthaft, wir sitzen hier jetzt erst auf eine Stunde. Ja, wir sind schon ganz schrupelig. Ja, weil mir auch langweilig ist. Ja, das ist aber das Spiel. Du kannst auch jederzeit aufstehen und gehen. Guck mal, wir wollen mit Leon und Papa entspannen. Leon und Papa wollen sich entspannen. Ja, ich komm nirgendwo dran. Kannst du mir meine Soaprika holen? Da liegt eine. Ja, die passt mir nicht. Lolo, geh doch raus und hol sie dir. Nein. So, ihr habt ja gesehen, es ist gar nicht mehr so viel Wasser. Irgendwie haben sie das alles rausgeplanscht. Deswegen werde ich mir jetzt einen Gartenschlauch nehmen und mal ein bisschen Wasser nachschütten. Also beziehungsweise spritzen. Es könnte etwas kalt werden, vielleicht geht ja dann der Erste. Das Wasser ist so wenig. Nein! Ich lasse nicht! Du sollst dich nicht hinter den Kindern verstecken. Ah! 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 Der Erste ist raus! Gehst raus! Gehst raus! Also du kriegst schon mal nicht die 100 Euro. Das ging nicht mehr. Das war mir viel zu kalt. Das ist ja wie Brunnenwasser. Das ist ja gefroren im Prinzip. Jetzt sind es nur noch zwei. Gut, ich hätte die 100 Euro ja eh nicht gewonnen. Das sind ja von mir. Ich glaube du bist die Nächste, oder? Das ist schon kalt, ne? Wenn dir kalt ist, geh! Nein! Das sind wirklich an wie auf dem Titanic. Titanic-Verkältung. Zeig mal die Finger. Ich kittere! Und deine? Und deine? Sind sie noch dran? Ich habe nur noch vier. Zeig mal her. Einer ist abgefroren. Dreh mal um, sonst sieht man das nicht. Dreh mal um die Finger, die Hand. Dreh mal um! So! Da! Ich wollte gerade sagen, ihr seid beide schon ziemlich anklappert. Nach fast drei Stunden jetzt. Fertig? Ja. Ernsthaft? Ja. Mir kommt es vor wie 180 Minuten. Ja. Ich glaube das dauert nicht mehr lange. Dann hat einer die Faxen dicke. Und dann. Mir ist so langsam kalt. Ja, dann musst du raus. Mit einer Weile, glaube ich, du willst uns alle ärmer. Bitte raus. Also bitte nicht. Boah! Echt? Boah! Ich mach das nicht. Ah, warte du! Ha! 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 Scheinbar hat das noch nicht gereicht. Ich geh auf jetzt. Leicht's dir? Ja, dann komm. Ja! 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 Wir haben einen Gewinn. Ist dir kalt? Jetzt geht's unterm Bademantel, ne? Ha! 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 Was ist denn das für ein Tanz? Das ist ein Siegstanz. Das ist ein Siegstanz. Achte die Fußarbeit. So Herrschaften, ihr seht's. Die beiden sind völlig, völlig kalt. Aber wie wir es gesagt haben, mir ging's, also ich musste relativ zügig raus. Die beiden haben's fast dreieinhalb Stunden. Kannst nix ab. Ja, du hast aber auch die ganze Zeit mich abgespritzt. Ich hab mich ja noch mit den Kindern so ein bisschen... Du, genau. Du wolltest die Kinder als Schutzschild nehmen. Er klappert mit den Zähnen. Ich muss es hier reinstecken. So, hier. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Der neue Pool-Champion ist da. Mal gucken, was wir als nächstes Mal, äh, beim nächsten Mal für eine 100-Euro-Challenge machen. Die muss ich mir irgendwie wieder zurückholen. Bis zum nächsten Mal. Geht's wieder hoch. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Daumen. Und vergesst nicht. Dann kann man auch zu abonnieren. Hier unten auf den Backen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch an die Seiten. Tschüss.